Zweite Auflage Mindmaps Steuerfachwirt. All das, was für dich prüfungsrelevant ist, aufbereitet in Mindmaps, aufbereitet im roten Faden. Also aus dem Steuerrecht, aus dem Rechnungswesen. Was musst du wissen aus Gesellschaftsrecht? Was ist hier für dich relevant? Das Ganze merkwürdig und gehirngerecht. Merk-würdig, gehirn-gerecht. Das heißt als Landkarte fürs Gehirn aufbereitet. Viel Spaß beim Lernen.